Hey YouTube, hier ist wieder eure Bethany und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also ja, ich hatte in MSP Mail Time gemacht. Öffne jetzt Geschenke. Sagt Hey zu YouTube. Ja, ich habe elf, ich glaube elf, Geschenke. Und ja, das erste Geschenk ist von Together Forever. Oha, danke. Ich zeige es euch mal. Voll hübsch, danke schön. Das nächste ist auch von Hey Beck. Ich glaube, ich meinte immer den Ton aus. So, muss ich aufschreiben. Hey Beck. Wie heißt der Offertube? Ähm, Bethany Dombard bei der Kanäle davon sind mir. Das nächste ist auch von Together Forever. Oha, danke schön. Ihr seid so großzügig. Das nächste ist auch von Together Forever. Oh, geil! Golden Toach. Oh, danke schön. Vielen, vielen Dank. Grüße ich gerade, ne? Das nächste ist von Bubblegum Girlie. Das ist meine beste Freundin auch in Reel. Hier ist sie nochmal. Sie macht auch Mail Time. Habe ihr auch was geschenkt? Ich habe das doch gar nicht geöffnet. Was habe ich jetzt von ihr bekommen? Jungshaar, oh mein Gott, danke schön. Das nächste ist auch von Together Forever. Oh, danke, das habe ich auch schon in Schwarz. Das nächste ist auch wieder von ihr. Oh, geil! Danke. Sieht voll cool aus. Das nächste ist auch wieder von ihr. Oh, geil! Dankeschön. So, das nächste ist von Katrina Drachenklaue. Drachenklaue. Ja. Hä, wieso denken die, ich habe es geöffnet? Was habe ich von ihr bekommen? Oh, geil! Danke! Das nächste ist auch wieder von ihr. Oh, geil! Das nächste ist von Cookie Girl 22. Sie hat da auch Mail Time gemacht. Oh, ich rück nicht mehr. Oh, geile Hose. Dankeschön. Das nächste ist von Purple Guy. Äh, Fnaf. Fnaf. Oh, danke schön. Hier ist sie nochmal. Hier. Ja, danke an alle, die geschenkt haben. Ich, ähm... Danke an alle, die geschenkt haben werde. Also, ich würde jetzt den Gewinner aussuchen. Also, ich muss jetzt nochmal gucken. Also, ich würde sagen, Together Forever, weil ich finde, die hat auch ganz schön viel geschenkt und auch schöne Sachen. Und, ja... Und, ja... To... Together... Together... Forever... Forever... Glückwunsch... Glückwunsch... Du hast gewonnen. Mal wieder am singen. Herzlichen Glückwunsch... Herzlichen Glückwunsch... Together Forever... Hey... So, sie kriegt jetzt Spezi... Und dann auch ein Wunschlistengeschenk. So, ähm... So, jetzt kriegt sie noch ein Wunschlistengeschenk. Ja, also, das, was in Paris passiert ist, ist sehr schlimm. Also, da war ein Anschlag. Also, das ist wirklich der Hammer. Ich glaube, es würde hier dann geben. Ähm... Was möchtest du am meisten aus deiner WL? Ich nehm... Also, ich geb ihr natürlich das, was sie am meisten haben will. So... 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 Antwortest du bitte? Ah... Ich glaub... Die überlegt gerade. Bist du noch da, oder? Ja, also ich warte jetzt erst mal, bis sie antwortet und dann sehen wir uns gleich. So Leute, hier bin ich wieder. Also sie hat gesagt, das ist ihr egal. Ich würde sagen, wir nehmen das Teuerste. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da und es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Fehlt ja nur noch ein Abonnent und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ja, tschüss!